Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wollt ihr in der Erinnerung leben? Soll ich auf diesem Thron sitzen und das da sehen? Als gelte eure Liebe immer noch ihr und nicht mir. Ich liebe euch, doch... Wie weißt es? Schafft es fort. Ihr habt... Nach langer Zeit der Trauer mein Herz gerührt und es verzaubert. Seit von nun an meine Königin und die Königin des Landes. Was ist das? Das Bild meiner Mutter! Warum tut ihr das? Schneewittchen! Ich habe lange um deine Mutter getrauert. Aber jetzt... Kann ich sie vergessen? Es soll keine Spur mehr von ihr sein. Du redest mit dem König, Schneewittchen. Und niemand, auch nicht du, stellt den Befehl eines Königs infrage. Ihr habt es befohlen? Schneewittchen! 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 Was für ein jammervoller, schwacher König! Jetzt bin ich Königin! Ah, ah. Untertitelung des ZDF, 2020